Hallo zusammen und willkommen zu einer Folge «Klartext». Die einen haben sich vermutlich beim Titel schon gefragt, jetzt bin ich auf einem bürgerlich-politischen Newsportal und jetzt muss sie über Sexismus reden. Genau darum reden wir heute darüber, weil Sexismus hat nämlich keine politische Heimat und es sollte uns alle interessieren. Sexismus kann alles sein und dann doch eben wieder nichts. Eigentlich liegt es immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterinnen. Und dann hört man als Frau relativ oft, du bist doch einfach nur dünnhäutig. Ich kann nach 28 Jahren Selbststudium sagen, ich bin definitiv nicht dünnhäutig. Und trotzdem musste ich im Vorfeld dieses Podcasts merken, Sexismus gehört tatsächlich immer noch zu meinem Alltag. Und darum reden wir heute darüber. Wir beginnen mit einem Beispiel, das sicher alle kennen. Ihr kennt kontroverse Aussagen von Frauen online und unter diesen gibt es oft einen Kommentar, die haben doch sicher ihre Tage. Stellt euch mal vor, liebe Männer, euch würden die Frauen bei Aussagen von euch sagen, ach was, du hast doch heute nur Samenstau. Ganz im Ernst, es ist scheissegal, ob ihr eure Tage habt oder ob ihr Samenstau habt, weil eine eigene Meinung hast du immer. Ich arbeite im Bereich der Landwirtschaft, mein Hobby ist bürgerliche Politik und ich habe etwas Sicherheitspolitisches studiert. Also ich glaube, noch mehr Männer um mich herum hätte ich nur, wenn ich am Wochenende auf den Strich gehe. Und ich weiss, es gibt auch Sexismus gegenüber Männern. Ich würde das überhaupt nicht verharmlosen, aber ich bin eine Frau und ich rede über mich selber. weil es ist meine persönliche Erfahrung und ich halte mich hier an eines meiner Lieblingszitate, das politisch auch gelten soll. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach die Fresse halten. Und das mache ich heute auch. Darum geht es heute nur um mich. Als Frau nur auf das eigene Geschlecht reduziert werden, ist manchmal ziemlich unangenehm. Weil lustig ist sie eigentlich. Als Frau muss man sich den Sexismus zuerst verdienen. Nicht umsonst ist die häufigste Aussage nach einer sexistischen Bemerkung. Ach, das war doch nur ein Kompliment. Nein, ist es nicht. Weil ich komme gerne auf meine persönliche Erfahrung im Vorfeld des Podcasts zurück. Oftmals wurde diese doch sehr berechtigte Frage gestellt. Hey, wie kommt dieser auf dich? Anmerkung der Redaktion ist der Markus Somm. Ganz ernst, ich weiss es auch nicht so hundertprozentig, aber ich kann schreiben. Zum Teil bin ich auch ein bisschen lustig. Man kennt mich in gewissen Kreisen. Also es gibt durchaus Gründe, wieso man mich für so etwas engagieren kann. Die Folgefrage ist dann meistens, warum genau du? Verzweiflung? Schlag und Humor? Kleines Budget? Ich weiss es auch nicht genau. Fakt ist, ich habe offenbar in meinem bisherigen Leben schon so viel gemacht für mein eigenes Engagement, dass man mich für so etwas anfragen würde. Das ist doch eigentlich auch schon ziemlich motivierend. Aber Leute, die mich nicht so gut kennen und nicht wissen, wie viel Zeit ich schon in das investiert habe, haben die Frage meistens selber beantwortet mit Kannst du das machen, weil du hübsch bist? Oder Haben sie noch Frauen gebraucht? Wow. Okay. Dann fragst du dich einmal so, was soll ich mir sagen? Messiges Kompliment? Eigentlich denkst du als Frau, du hast dich den Arsch aufgerissen, um ernst genommen zu werden und dann musst du Danke sagen für so ein scheissblumps Kompliment. Eigentlich nicht, oder? Weil ich möchte, dass jeder Typ sich einmal überlegt, wie es wäre, wenn ihr aus einem coolen Vorstellungsgespräch kommt von einem Job, wo ihr euch wünscht, wo vielleicht ein bisschen über eurer Kompetenzen ist, aber ihr habt ihn bekommen und eure Kolleginnen würden euch sagen, Ah, hast du ein bisschen ausgesehen? Es geht nicht darum, dass es etwas Schlechtes ist, das man gut ausgesehen, aber es geht darum, dass das nicht eure Haupteigenschaft sein sollte, wo man her schaut. Ob ich das machen kann, weil ich hübsch bin? Keine Ahnung. Ich nehme mal schwer an, wenn es nur um das geht, hätte er auch eine grössere Brüste gefunden. Ich weiss es nicht, ich nehme es an. Ob sie noch Frauen gebraucht haben? Vermutlich. Aber schmälert es dann mein Engagement, wenn ich aus einem Pool von Frauen ausgewählt wurde? Ich glaube nicht. Ich habe bereits erwähnt, Sexismus muss man sich zuerst als Frau verdienen. Vermutlich auch ein Mann, das weiss ich nicht. Weil entweder muss man saugut aussehen, oder man muss etwas machen können, das andere einen darum ein bisschen beneiden. Etwas, wo man dafür arbeiten muss, etwas, wo man sich vielleicht den Arsch aufreissen muss. Etwas, das andere auch gerne machen würden. Aber viele Männer haben immer noch ein Problem damit, dass es tatsächlich Sachen gibt, wo eine Frau einfach besser hätte können. Weil das so ein bisschen am Ego kratzt. Und das Ego haben leider noch ziemlich viele. Da muss ich ehrlich sein mit euch. Die Erklärung, dass eine Frau tatsächlich etwas besser kann, geht vielen nicht ab. Und das Argument, dass es dann halt einfach Brüste waren, macht vieles einfacher. Aber ganz im Ernst, ich kann euch allen sagen, euer mangelnder Selbstbewusstsein und euer mangelnder Engagement wird nie eine Ausrede dafür sein, dass ich halt Brüste habe. Und natürlich ist es in vielen Bereichen so, dass man immer noch mehr Frauen braucht. Zum Beispiel auf jeder bürgerlichen Liste, von jeder x-pipi-Wahl, von jeder Partei, wo nachher wieder irgendeine Schurne hinfüren kommt und sagt, ah, die Partei hat wieder mal nur 20% Frauen auf der Liste. Da denke ich jedes Mal, was für eine Scheisse das ist. Ganz im Ernst. Ist doch scheisse gar, wie viele Frauen auf dieser Liste sind. Hauptsache es sind 100% engagierte Leute. Ich arbeite lieber mit Leuten zusammen, die Engagement zeigen, wie einen hohen Östrogenspiegel haben. Weil es spielt keine Rolle und um das soll es eigentlich gehen. Um zurückzukommen auf das eigentliche Thema Sexismus. Der schlimmste Sexismus für uns Frauen ist eigentlich der, der einem gar nicht mehr auffällt und einfach so zum Alltag gehört. Wo Frauen das Gefühl geben, dass sie sich immer bewusst sein müssen, dass sie im Endeffekt einfach eine Frau sind. Dass man vor allem auch im Politischen oft hört, eigentlich hat sie sie mehr verdient, aber sie war halt eine Frau. Und ganz im Ernst, als Frau braucht es relativ viel in diesem Bereich, um sich ein Standing zu erarbeiten. Um zu sagen, hey, das ist mit mir nicht einfach in den Schuss gekommen, sondern ich habe mir auch den Arsch aufgerissen für das. Und es braucht umso mehr Engagement, weil man vielen Männern damit einfach ein bisschen auf dem Ego herumtrampelt. Und vielen passt das auch heute noch nicht. Darum merkt euch bitte das nächste Mal, wenn euch eine Kollegin oder auch ein Kollege, das gilt für alle, sagt, dass er etwas Cooles erreicht hat, was ihr vielleicht auch gerne machen würdet, aber er oder sie war jetzt halt zuerst, dann sagt einfach, hey, cool, ich gönne dir das. Und wenn ihr merkt, dass ihr Leute etwas nicht gönnen könnt, weil ihr niedrig seid oder ebersüchtig seid, dann schiebt nicht die Schuld auf andere Leute oder, noch schlimmer, auf die Brüste von anderen Leuten, sondern fangt bei euch selber an und übt ein bisschen Selbstkritik oder gebt euch einfach einen Tritt in den Arsch. In dem Sinn, danke euch einmal fürs Zuhören. Wenn auch du mal Erfahrungen gemacht hast mit Sexismus oder wenn du mir ein Feedback zu diesem Podcast willst, dann ist es sehr willkommen. Du kannst dich bei mir via E-Mail melden, via WhatsApp oder mir auch auf Instagram schreiben. Und wir sehen uns auf dem Fall nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.